Mein Name ist Sarah, ich mache das KV bei der Hamilton Wohnadutz und bin momentan im zweiten Lehrjahr in der Abteilung vom Einkauf. In der Hamilton bekommst du die Chance, jedes Jahr die Abteilung zu wechseln. Somit hast du am Ende der Lehre ein riesengroßes Know-how, das dir weiter im Leben helfen wird. Hier in der Tistan mache ich das KV bei der Hamilton Wohnadutz, bin im dritten Lehrjahr und arbeite momentan im Verkauf. Also am coolsten finde ich einfach, dass wir alle per Du sind miteinander und das macht alles etwas lockerer. Da sind eigentlich alle mega hilfsbereit, weil zusammen ist man schneller, als wenn sie die dann auch in dem unterstützen.